Dann haben wir mal zusammengestanden und haben gesagt, wollen wir uns das überhaupt antun? Das ist ein Haufen Arbeit. Und dann muss man natürlich sagen, dann wurde uns auch schon wieder ein bisschen mulmig. Weil dann wirklich die Resonanz nicht gut war. Und hin und her überlegt, haben wir doch gesagt, jawohl, wir machen es. Wir machen es für ein paar, wir ziehen es durch. Wir probieren es. Und das war das Wochenende auch, unser Festwochenende. Wir haben es echt mal krachen lassen hier in Entbach. Und das war das Wochenende auch. Und das war das Wochenende auch, Mensch,entië. Und das war das Wochenende auch. Untertitelung des ZDF, 2020